Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 7. August. Neues aus dem Mordprozess Elkehausen. 73-Jähriger kracht in Polizeiwagen in Wetzlar. 6 Georgier halten sich illegal in Westerburg auf. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Im Mordprozess um den getöteten 19-Jährigen aus Elkehausen gewährte eine Zeugin weitere Einblicke in die Psyche der Cousine des Opfers, sie soll eine Krankheit vorgetäuscht haben. Wie viele Zeugen vor ihr auch, beschrieb sie die Cousine des Opfers und Hauptangeklagte des Prozesses als eine aggressive und gewalttätige Frau, die keine Kontrolle über sich habe. So habe die 29-Jährige einen Tumor vorgetäuscht und sich dafür sogar die Haare abrasiert und eine Perücke getragen. Außerdem habe ihr Ex-Verlobter der Zeugin erzählt, dass die Angeklagte ihrem Verteidiger gesagt habe, dass sie die vier Männer angestiftet habe, ihren Cousin umzubringen. Die Sportparkstraße in Wetzlar, die letzte reinrassige Panzerstraße in der Spillburg wird saniert. Hierfür wird ein Teil der Strecke bis Sommer 2024 gesperrt. Ein Teil der Straße wurde bereits vor knapp zwei Jahren saniert. Neben der Fahrbahn werden auch alle Kabel und Leitungen, die unterirdisch verlaufen erneuert, sowie ein neuer Abwasserkanal gebaut. Dieser wird parallel zum bisherigen direkt unterhalb der Fahrbahn verlaufen anstatt wie bisher unterhalb von Privatgrundstücken. Im Sommer 2024 soll die 7,50 Meter breite Fahrbahn fertiggestellt sein. Knapp zwei Millionen Euro rechnet die Stadt für das Bauprojekt ein. Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr von der Wetzlarer Seibertstraße in Richtung Sophienstraße unterwegs gewesen und an der Kreuzung Neustadt in einen Polizeiwagen gefahren. Das teilt die Polizei auf Nachfrage der Redaktion mit. Laut Polizei habe der Mercedes-Fahrer offenbar eine rote Ampel nicht beachtet und der Polizeistreife die Vorfahrt genommen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 73-Jährige blieb unverletzt, die beiden Insassen des Polizeiautos wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden des Mercedes schätzt die Polizei auf 15.000 Euro, den des Polizeiwagens auf 17.000 Euro. Die Polizei hat infolge einer Verkehrskontrolle in Westerburg 6 Georgier ausfindig gemacht, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Bei der Kontrolle wurde bei einem männlichen Fahrzeugführer mit georgischer Staatsbürgerschaft ein Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesen, welcher die erlaubten 90 Tage überschritten hat. Bei der Durchsuchung der Wohnungsanschrift des Autofahrers wurden weitere drei georgische Männer vorgefunden. Einer davon versuchte, sich auf dem Dachboden zu verstecken. Die Polizei traf zwei weitere Männer aus dem osteuropäischen Land an, die ebenfalls mit der durchsuchten Anschrift in Verbindung gebracht werden konnten. Alle festgestellten Personen halten sich laut Polizei illegal in Deutschland auf und gehen teilweise einem Arbeitsverhältnis nach, obwohl keine Arbeitserlaubnis vorliegt. Laut Polizei wird durch die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung Montabaur die Ausreise der Männer vorbereitet. Die Ukraine hat die Angriffe auf die Autobahnbrücken zur Krim bestätigt. Laut einer Mitteilung des ukrainischen Militärs im Nachrichtendienst Telegram griffen die ukrainischen Streitkräfte am Sonntag gegen 15.00 Uhr Ortszeit zwei wichtige Versorgungsrouten der russischen Besatzer an, die Brücken von Tschonha und Henezesk. Unterdessen haben Sicherheitsberatern von Regierungen aus etwa 40 Staaten in Saudi-Arabien einen möglichen Friedensplan vorgelegt. Der Plan sieht die Unversehrtheit der Ukraine, eine Waffenruhe an allen Fronten, die Aufnahme von Friedensgesprächen unter UN-Aufsicht und den Austausch von Gefangenen vor. Vor allem die Teilnahme Chinas, einem der wichtigsten Partner Russlands, werteten Diplomaten als Erfolg. Natürlichkeit ist wieder in, nach dem Boom während der Pandemie hat sich die Nachfrage bei den Schönheitschirurgen wieder normalisiert. Mit einer gravierenden Ausnahme, der sogenannte Brazilian Bud Lift. Hier wird der Po mittels Eigenfett operativ vergrößert, Stars wie Kim Kardashian und Kylie Jenner lieben es vor. Ein Eingriff, der sehr gefährlich sein kann, weil durch die große Menge an Fett eine Fettembolie verursacht werden kann. Mediziner warnen vor den Risiken des Eingriffs. Ich finde schon, es ist unsere Aufgabe, unseren Patienten hier zur Seite zu stehen, ihnen zu erklären, dass nicht alles, was auf Instagram zu sehen ist, auch ästhetisch und gesundheitlich gut ist, sagt die Darmstädter-Dermatologin Sonja Sattler. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de.